so ein wunderschönen guten morgen montag sechster juni und live aus dem trading raum vom traders club 24 wir bereiten uns auf den morgendlichen dax breakout vor wir sehen der dax aktuell heute morgen mit einer range links von 29,5 punkten machen gerade neue tiefs es ist 8 uhr 53 also sieben minuten vor der markteröffnung wenn wir uns das bisschen kleiner machen hier sehen wir schön hier auch die unterstützungszonen von freitag die wir hier gerade unten durchbrochen haben recht ruhiger vormittag nach dem schlechten arbeitsmarkt zahlen am freitag wir bereiten uns dann gleich vor und ich melde mich dann kurz vor der markteröffnung mit den orders so wir bereiten uns jetzt vor 30,3 punkte die trading range die breakout linien werden jetzt platziert schieben die ein tickchen nach unten und ich platziere jetzt die order oder sind platziert und ich melde mich dann gleich bei der markteröffnung dann bei der nächsten fünf minuten kerze wieder so die ersten zuckungen jetzt bei der eröffnung 10 100 und 3,5 6,578 aktuell unsere sell stop order liegt bei 10.095 9 bei stop order bei 10.126 6 ich werde mich dann gleich nochmal melden eine minute und acht noch bis zur ersten fünf minuten kerze wir haben uns mit der weißen kerze ein bisschen oberhalb der 10.100 markte etabliert wir sind aber noch nicht ausgeführt bei stop order sell stop order ist noch im markt ich melde mich dann gleich nochmal so jetzt sind wir ausgeführt doch nochmal in der fünf minuten kerze 10.130 32 aktuell also long die short order wurde jetzt hier verdreifacht gucken wir ob wir da rüber kommen melden mich dann gleich nochmal es ist 9 uhr 9 die zweite fünf minuten kerze und gesehen wir hatten das hoch hier bei 936 5 hier sind jetzt also im long modus also gekauft den dax sell stop order unten wurde jetzt dementsprechend verdreifacht und wir müssen jetzt hier über die 43er marke rüber ich melde mich dann gleich nochmal wir sehen es dann auch hier nochmal im tool läuft so und hier nächstes update 9 uhr 27 sehen ein ruhiger start wir sind immer noch long mit der ersten position ihr seht die kerzen dort dax hat noch mal die 10 1 36 getestet gucken wir dass wir da rüber kommen über dieser zone dann haben wir den daily pivot bei 10 1 43 also ein ruhiger montag vormittag melde mich dann gleich nochmal so der markt zieht jetzt ein wenig an es ist 9 uhr 45 gleich viertel vor zehn wir sind über den daily pivot noch 0,3 prozent fehlt 10 uhr und es sieht so aus im dax die 10 1 40 harte nuss oder kräftiger widerstand erst mal dort wir müssen dort rüber sind jetzt seit fast 25 minuten dort am kämpfen im dax also hier müssen wir rüber der zone melde mich dann gleich noch mal also ist gleich 11 und dax ist heute einem sehr ruhigen fahrwasser wir haben einmal noch mal kurz die 10.100 der marke versucht zu testen sind jetzt wieder um die 10.128 sind nach wie vor long mit dem ersten dreht und es ist jetzt direkt 11 uhr also seit zwei stunden dümpelt der markt hier in dieser range werde mich dann gleich noch mal melden es ist jetzt 19.56 und wir haben heute so einen klassischen seitwärtstag und wir haben uns vorhin abgehätscht und wir sehen der markt bricht heute nicht hier aus zumindest jetzt kann natürlich die letzte handelstunde noch sein wir verschieben praktisch den breakout dann auf den morgenden tag also morgen zur eröffnung und wünsche euch dann erstmal einen schönen abend und damit endet jetzt erstmal dieses video und wir werden dann morgen ein zweites video dann heransetzen das heißt der tritt ist jetzt erstmal abgehätscht und dann bringen wir ihn hoffentlich morgen sauber nach hause